Hey zusammen! Willkommen zum mittlerweile 33. Part der Let's Play Tanky Online Saga. Heute mit ein bisschen Verstärkung in meinem Team und zwar zwei Leuten, die jetzt mal anfangen können zu reden. Ja, hi. Hi. Guten Tag. Okay. Wir spielen hier Capture the Flag. Eine ganze Stunde lang, naja gut, 50 Minuten geht das Ganze. Äh, zwei Flaggen Maximum. Er steht gerade 2 zu 1, wir sind am Verlieren, wie immer. Und noch irgendwas? Ich glaube nicht. Nee, eigentlich nicht. Gut, dann bleib ich jetzt für den Rest des Videos still. Okay. Nein. War ja nur Spaß. Guten Tag. Ja, guten Tag. Nein! Doch, du hast ihn bekommen. Hör jetzt unsere Flagge zurück. Ich bekomme Rottung wie gar keine Tills. 3-7. Äh. Kommt runter. Nee, die wollen nicht. Auf mir egal. Jetzt werden wir irgendwie gewinnen. Ja, nimm Nitro, genau. Nein! Kommt mal zu... Nur am Dragan. Ja, genau. Da, 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 da. Da, 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 da. Ähm, mhm, mhm. Ich hab gar keine Druck. Ich hab gar nichts. Außer im 3-Min. Wow, ich hab noch 88. Enter. Shit 2-2. Mann, wir könnten was schaffen. Ja, ich hab's doch durchgeschafft. Ich bin gleich tot. Oh, doch nicht. Ah, oh, oh. Loll. Da hat sich Skype verabschiedet. Okay, ja, das passiert auch in einer Aufnahme. Ich weiß jetzt nicht, was los ist, aber egal. Ähm, ich werd gleich mal da wieder anrufen, ne. Aber erstmal hier die Gegner weg. Fis-ten. Fis-ten-like-fis-ter. Genau, wis-ter. Nein, natürlich nicht. Mal sehen, ich muss mich ganz kurz mal verstecken. Okay, das war's mit dem Verstecken. So, was ist hier los? Okay, bin wieder da. Okay. Gut. Ich weiß, Skype-Verbindung. Mhm, hab ich gemerkt. Also, bei mir war's. Ähm, ja, jetzt stopp. Wir sind 20. Und ein Flog. Und ich nehm Speed. Okay, das ist schön für dich. Hab ich's schon, danke. Und jetzt tolle ich die feindliche Flagge. Ich geb dir so lange hier Deckung. Okay. Okay, die Flagge ist verloren. Von, äh... Ja, von... Ja, aber irgendeiner... Okay, gut, die wurde zurückgebracht. Aber was will der hier jetzt? Gib mir Deckung! Wo bist du? Ich weiß, ich bin eh gleich tot. Pass auf, da oben ist Isida. Mit Schutz. Achso, das ist uns. Okay. Achso. Ich hab den Namen nicht gesehen. Ich auch nicht. Ähm, nimmer... Oh, nee, lieber nicht. Du hast keine vollen Leben... Weil gerade ruft Telefon an, aber mir ist es jetzt scheißegal. Ich wollte ja drangehen, aber ich hab gerade die feindliche Flagge. Deswegen kann ich nicht. Beschäftigt. Hi. Komm, 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 komm. Willst du Flagge? Ja, nie. Gerne. Nö, ich sag... Ja, dann stell dich schnell ab. Bevor hier einer... Fah, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Warte, warte, warte. Ach, Dragon. So, so macht man's. Ja, genau. Alle drei, äh, zur feindlichen Flagge. Okay. Speed aktiviert. Da hast du Speeddruck? Ja. Und gekillt. Oh, Mann. Und gekillt. Nein, das war dein Kill. Hm, wie immer. Ja, genau. Weil ich auch die ganzen Schaden mache. Ja. Ihr seid nur Dekoration. Nö, nicht. Tö, genau. Und was bist du? Äh, ich bin der, der die Punkte macht. So einfach. Hm. Oh, verdammt. Meine Flagge. Eine Schleumung ist russisch. Ja, genau. Ist ja auch kein deutsches Spiel. Ja. Trotzdem ist das deutsch. Und? Nein, nein, nein. Heil mich. Yes. Ich hab's noch durch geschafft. Oh, fuck, Mann. Ah, fast 30 oder 50 Kristalle. Ja, ich wollte gerade ein paar Kristalle sammeln. Mann, war das knapp. Na gut, 11.000 reichen mir. Noch. Ja. Nein. Nein. Hinter dir, Martin. Er hat unsere Flagge. Und seine hat ihre Flagge. Oh, nicht wieder der. Ich mach hier die Punkte. Ich bin vor euch. Ist mir doch egal. Ja, egal. Ich hab 11 Kills. Ah. Ich hab 10 Kills. Ah. 12. Ich hab 49. Ach, nee. 14 war wirklich gestorben. Ja, ha. Ja, ha. Guten Tag. Hui. Oh, Mann. Nie gekürzt. Schon die feuchliche Flagge holen. Ja. Täh. Lol. Oh, Mann. Ich bin gleich so gut wie tot. Lass, du schaffst doch. Jetzt bin ich tot. Nein. Nein. Oh. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Das ist noch ein Kills. Trololol. Wie German Mafia. Der macht mich nach. Hey. Das ist mein Doppelgänger. Der hat die gleiche Farbe und noch ein Kill gekillt. Klar. Ja, das ist so schön für ihn. Nein. Ich kink will es nicht. Cool. Wow. Ich hab 4257. Ich hab 1181. 161. Eins. Alles meins. Bei wem hört man das? Nicht bei mir. Tja, auch bei mir auch nicht. Wer könnte das wohl sein? In einer Konfi mit 3 Leuten. Wenn 2 schon sagen, dass es nicht bei denen ist. Ja, bei mir kommt gerade ein Helikopter. Ja, druck schön, druck schön. Genau. Ich wurde gerade geklirrt von einem Twin. Freu dich. Ja, freu ich mich. Das ist eine Schande. Deshalb freu ich mich doch auch. Nein. Ich glaub nicht, dass das ein Headset ist. Ich glaub auch nicht, dass es ein Headset ist. Bernd, das Brot. Das ist so gut. Oh, und natürlich ist jetzt da einer mit Donner. Ich bringe unsere Flagge zurück. Okay. Wenn man die Leiche von ihm weggehen würde. Die Leiche, das ist ein Panzer. Ich nenn's mal Leiche. So. Hier ist gerade eine Kiste runtergefallen auf meine Kanzel. Oh, fuck. Und die Kiste ist gerade umgekippt. Das ist alles. Ja. Du, 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 du. Du, 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 du. Was? Perfect. Jetzt holen sie unsere Flagge. Ich verstehe, die hat die Flagge. Cool. Dann fahrlad die ab. Oh Gott, oh Gott, jetzt muss es gedrugged werden. Von Feinstim. Kann ich die Flagge? Niemals. Oh Gott. Heil dich auch noch. Erklauen. Dafür habe ich drei Monate gespart. Kann ich mal? Flaggen. Erstmal muss man unsere Flagge zurückbringen. Achso, ich beschütze dich. Scheiße, drugger, drugger. Nee, meine Flagge ist weg. Die Flagge ist weg. Jetzt nicht mehr. Bitteschön, du hast die Flagge. Du wolltest die haben. Nimm du sie. Ich habe voll wenig Leben. Ja, geht mir gleich auch so. Hier ist es schon so gegangen. Bin auf dem Weg. Bitteschön. Dort kommt ein drugger. Drugger mit Freeze. Lauf weg. Lauf weg. Ah, nee, ich kann nicht laufen. Zu viele Lecks. Warum auch immer. Aua. Ja, klar. Druck. Ich lock den in einen Hinterhalt. Oder soll ich unsere Flagge zurückholen? Oh Mann. Ja, bitte Flagge zurückholen, bevor es zu spät ist. Ja, ich versuch's. Okay, es ist zu spät. Und ich habe hier gerade irgendwie FPS-Einbrüche ohne Ende. Ja, wir sind eh am Fühlen. Deswegen 12 Flaggen. Nein! Trotzdem, die FPS-Einbrüche bleiben weiterhin bestehen. Ja, ich versuch's. Ja, ich versuch's. 16, 15, 17. Das ist gar nicht gut. Oh Gott, 9. Okay, ich weiß echt nicht, woran es liegt. Das ist der Name aus Gethraffi. Ja, Doppel-Kill. Wieso nimmt er jetzt erst Gesundheit auf? Obwohl's ihm gar nicht viel bringt. Natürlich dein Kill. Aber das ist meine Flagge. Weil ich volle Leben hab. Und du nicht. Ja, klar, hol sie dir. Ich geh durch den Tunnel. Mach das. Und ich schaffe. Komm. Bleib dort, bleib dort! Warte auf mich! Da hat uns einer verfolgt. Äh... Okay, das ist gar nicht gut. Ich kann nichts mehr machen. Ja, tut mir leid. Wenn du auch nichts kannst, kann ich auch nichts dafür. Wenn du nichts kannst, Drucker. Ich kann nichts. Ich bin schlecht. Hinter dir, Junge. Ja, und? Vorhand Drucker. Ja, der kommt zu mir. Ach, der wird sterben. Ja, ja. Ich bin Sturm. Wow, ich war neben dir. Ich kill die jetzt. Und? Stirb! Jetzt. 24 Kills. Slayer. Alter, ist das laut. Alter, hört sich das scheiße an. Tut mir leid. Also, ich hau nicht auf meine Tastatur. Ich auch nicht. Er schreibt doch rum. Er votet doch welche. Ja, dabei hat er selbst zwei bekommen. Oder ein. Tja. So. Dein Bug. Oh, 10 Christ. Mist. Ja, genau. Mist. Also, irgendwann müssen wir mal die letzten Flaggen hier holen. Das dauert schon. Ich bin VIP. Natürlich. Ich bin durch. Da kommt einer. Durch den Tunnel auch noch, ey. Das ist mein Tunnel. Ja. Tron. 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 Kann ich, Flagge? Ich hol auch unsere Flagge zurück. 10 Christis. Komm, spawn schneller. Ja. Na los, Leute. Hol die Flagge. Gib mir die Flagge. Die war es. Dann sind die. Stirb. Jetzt stirb doch endlich. Nein, so schnell sterbe ich nicht. Doch. Wer hat dein One vs. One, na? Und ich will dich runterschubsen. Ja, und ich hab dich vernichtet. Mann, holt jetzt mal die Flagge. Es kann doch nicht so schwer sein. Nö, ich hol es jetzt nicht. Ja, warte, bis ich draufgehe und dann die Flagge. Ja, natürlich. Gut gemacht. Ja. Unsere Flagge wurde auch noch zurückgebracht. Schnell. Ja, klar. Erst wenn ich tot bin. Ich bin die Flagge zurückgebracht. Ja, aber wenn wir auch immer so sind. Nee, nee, nee. Ich bin Spider-Man. Hab die feindliche Flagge. Nein! Schau mir sie. Ja, die Flagge ist weg. Wen soll ich das machen, wenn ich denn gestorben bin? Transportieren. Aha. Ja, Teleport. Ja, Teleportieren meinte ich ja auch. Slash TP. Wir sind ziemlich bei Trans... Transis. Transis. Ja. Wir sind nicht bei Nutten. Oh, oh. Nein, nein. Es wird so schwer, dann hört es an und man doch nicht. Nein! Es ist ein angesehener Beruf. Also die letzten zwei Flaggen müssen jetzt auch noch mal sein. Ja, wirklich. Ja, heilt den, obwohl er gar nichts gezogen bekommt. Genau. Ich beschütze ihn. Klar, wie du hinterher kommen würdest. Ich gehe durch den Tunnel. Der eine... Ich bin hinter dem, der gerade... Nein. Ähm, und... Dings da. Ich will jetzt nicht den Namen sagen. Wenn du die Flagge hast, geh lieber durch den Tunnel. Oder bleib dort gleich. Ja. Kann nur sein. So, einer muss jetzt mal unsere Flagge holen. Denn Putin hat sich leider verloren. Nein! Jetzt du? Doch! Jetzt alle vier dort durch. Ich bin hinter euch. Ja, ich bin hinter Iggy. Ich überhole es. Ja, weil du Speed druckst. No. Kann mir jemand fa... Mach mir mal Fire! Ja! 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 Mach mir einfach Fire! Dann kann ich besser laufen. Danke! Okay! Natürlich! Ja, ich bin eh gleich tot. Ja, okay. Der hängt... Nein! Der hängt an mir! Ich bin wieder... Ja! Weh metal! No, weil das ein Panzer ist! Ah klar, und ein Panzer besteht aus Kunststoff. Ja. Genau. Kann doch sein. Ein Spielzeug, Zanka. Zanka. Ja, gut Deutsch. Good Job. Ja, wahrscheinlich. Ich habe die feindliche Flagge und die tun gar nichts. Aber ich komme hier gerade nicht durch wegen dem Record-Shit. Ja, heil mich. Die ganze Zeit. Da kommt ein Firebird. Heil mich. Nein! Doch! Gib sie mir gleich zurück, okay? Nein, tu es nicht. Doch, tu es. Ey. Ich brauche dich, dein Account von Metin. Hallo? Scheiße, Metin, jetzt pack mal den ganz harten Shit raus. Ja, genau. Ich brauche auch XP. Lo, wenn mir Nüther sie nicht... Hä? Er versteckt dich im Tunnel. Hey, warum Nüther die Flagge nicht? Das ist so unlogisch. Äh. Warum nimmt er die Flagge nicht von mir ab? Komm. New Star, wo bist du? Auf dem Weg zur Flagge. Ich auch. Echt. Also wenn wir das noch verlieren? Dann lache ich. Dann heul ich. Ich geb' den Lachen. Ja, schon. Autsch. Ja. Ich bin besser als du. Wär ich. Das wird nix mehr. Ja. Den ganzen Hardcore Shit. Yep. Danke. Nein. 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 Boah. Ich brauche Leben. Nein. Ich habe die Flage auf. Ich habe die bestellt. Sehr lustig. Jetzt weiß ich, warum ich keine Let's Play Together mache. Was tut er dort? Hat er doch schon. Ja, auf mich. Aber nicht auf ihn. Genau. Kann ich mich, Junge? Kann ich auch die feindliche Flagge holen? Ja, okay. Das gewinnen wir, glaube ich noch. So viele wie bei der feindlichen Flagge sind. So, irgendwann kommt der mit unserer Flagge an. Ja, lass mich doch mal hier bitte raus. Danke. Bitte. Wenn du weggehen würdest... Oh, da kommt der nächste. Und hier auch noch. Genau. Genau. Ja, okay, die sind weniger. Wenn wir das jetzt verkacken... Weiß ich ja auch nicht. Es kommen immer welche dazu. Ja, aber... Guck mal, wie wenige bei denen sind. Na, wo ist denn überhaupt unsere Flagge? Ja, bei... Vielleicht im Tunnel. Dort verstecken sie sich am meisten. Guck mal nach, dort im Tunnel. Ich geh doch nach. Nee, ich hab Angst vor Dunkelheit. Genau. Machst doch dein Nachtlicht an, ne? Dort ist doch Licht, Mann. Ahhhh! Bam! Nein! Ihr überlebt natürlich. Klar. Klar. Warum nicht? Ich bruch einfach nur die Flagge. Erobert. Ja, wo doch mal Zeit. Noch eine Flagge. Noch eine Flagge. Komm mit. Aber nicht Speed drucken. Warum? Dann können wir auch nicht zusammen. Guck, das hätte es eh nicht gebracht, Speed noch zu drucken. Weil du eh gekillt wurdest. Aha. Eroberse! Ich versuche es, aber ich bin tot. Okay. Dann bleib eben tot. Und die Flagge kann ich mir jetzt nicht mehr holen, weil sie gleich von den Gegnern... Ah, doch nicht! Jawoll, hol sie dir! Okay. Wenn er die jetzt erobert, hat er die letzte Flagge erobert. Ja, aber erstmal müssen wir unsere Flagge zurückholen. Ja. Ja. Komm. Nein! Wenn die auch Drogen! Wenn die auch Drogen, kann ich auch nichts dafür. Die letzte Flagge packen wir eh immer noch nicht. Egal, wir haben noch ein paar Minuten. 22, aber egal. Ja, packen wir eh. 22 Minuten. Noch eine. Das wird Hardcore-Shit. Endlich. So. Ben, die finale Flagge! Ja. Ja, heute geht so viel schief. Ich weiß nicht, ob wir noch gewinnen werden. Und ich muss Tank jetzt erstmal neu laden. Dann musst du zu uns. Dann musst du zu uns. Achso, ja. Aber hast immer noch deine ganzen Punkte, klar. Ja. Bildschirm ist wieder leider eingefroren. Ich weiß nicht, warum. Liegt wohl an deinem Internet? Nein. Bestimmt nicht. Ich mein, ich hör ja alles noch im Hintergrund, bloß das Bild ist einfach. Achso, ja. Hab ich ganz vergessen. Komm, erober sie jetzt! Ja, kill den noch. Zum Abschluss. Ja. Das ist ein Win. Auf den letzten Metern, also wenn er jetzt noch stirbt, dann... Dann lache ich. Ach. Vorbei. Bleiben!